Ich freue mich, Sie wieder auf dem richtigen Wahlkanal begrüßen zu dürfen. In diesem Video werde ich über den Roborock S4 Max Saugroboter sprechen. Sie können den Preis und die Verfügbarkeit dieses Modells herausfinden, indem Sie in der Beschreibung des Videos nachsehen, wo ich alle notwendigen Links angegeben habe. Hinterlassen Sie gerne einen Kommentar und einen Like und abonnieren Sie unseren Kanal. Jetzt ist es an der Zeit, loszulegen. Hohe Saugleistung Wenn die Saugkraft eines Staubsaugers schwach ist, lässt er genauso viel Schmutz zurück, wie er einfängt. Der S4 Max überzeugt mit einer hohen Saugleistung von 2000 PA. Staub auf harten Böden ist kein Hindernis, ebenso wenig wie zermahlener Schmutz in Teppichen. Die Saugkraft bleibt auch bei vollem Staubbehälter stark. Großer Staubbehälter Inklusive einem Fassungsvermögen von 460 Milliliter dann ermöglicht der S4 Max eine umfassende Reinigung von Ihrem Zuhause. Intelligente Wegplanung Über die Mi Home App kann man anhand von Echtzeitraumkarten virtuelle Saug-Sperrzonen einrichten. Dabei können auch einzelne Räume ausgewählt werden oder ein Zeitplan eingerichtet werden. Somit behalten Sie die Kontrolle über den S4 Max. LiDAR-Sensor Der LiDAR-Sensor steht für Light Detection and Ranging, also Lichterkennung und Raumvermessung. Dank dieser Sensoren kann der S4 Max sich präzise durch ihre Wohnung navigieren. Bis zu vier Etagen speicherbar Die Speicherung mehrerer Karten wird durch die präzise LiDAR-Technologie möglich, bei der dein Raum gescannt und kartiert wird. Das Beste daran? Die unterschiedlichen Karten erkennt der Roboter dabei automatisch. Für jeden Raum können übrigens individuelle No-Go-Zonen und unsichtbare Grenzen erstellt werden und weil der Roboter die unterschiedlichen Umgebungen automatisch erkennt, musst du nicht die dazugehörige Karte in der App manuell öffnen. Hindernisüberwindung bis zu 20 mm. Für den S4 Max ist kein Hindernis zu groß. Dank seiner Sensoren erkennt er selbstständig mögliche Hindernisse wie zum Beispiel Teppichkanten und Treppenstufen in ihrem Haushalt. Intelligentes Aufladen Automatische Rückkehr zur Ladestation bei niedrigem Akkustand mit anschließender Fortsetzung des Putzvorgangs. Der großzügig dimensionierte Lithium-Ionen-Akku ermöglicht bis zu drei Stunden Non-Stop-Reinigung. Sprachunterstützung und einfache Wartung. Du kannst Reinigungsvorgänge allein über deine Stimme starten und beenden. Schnelle Wartung oder Austausch von Teilen, um den S4 Max auf der perfekten Reinigungsleistung zu halten. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Saugleistung auf Hartböden ist schlecht, die Navigation ist verwirrend und die Gesamtsaugleistung ist nicht beeindruckend. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Geräuschpegel ist leise, Fahrgeschwindigkeit ist gut, Bedienung und Einrichtung ist einfach, Optik ist okay, passt sich der Oberfläche an, einfach zu reinigende Teile, einfach Mapping erstellen und Räume definieren, langlebige Batterie, einfach ein Obergeschoss einzurichten. Das war's mit unserem Testbericht zum Roborock S4 Max Saugroboter. Wenn Sie den aktuellen Preis dieses Modells wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video. Dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen. Teilen Sie uns gerne Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und dem Video ein Like geben. Drücken Sie auf die Glocke, um das nächste Video nicht zu verpassen. Alles Gute und bis bald!